MS kam zur Welt, da hat er festgestellt, ohne Mobil geht man sehr viel. MS, hast du gesehen? Den Ferrari? Guck, 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 guck! Willkommen zurück zu Minecraft. Das musste ich gerade eben loswerden. Wir sind wieder zu zweit unterwegs. Ich musste das loswerden. Diese Spitze ist eigentlich ein kleiner Insider, aber ich habe ja noch ein paar kleine Gimmicks und Gadgets, die ich so im Laufe der nächsten Folgen hier so ein bisschen verstecken werde, weil unser MS hat ja nun mittlerweile auch schon eine gewisse, naja, nennen wir es Reife erreicht. Ich mache mal Musik an. Ah, schön. White Satan. Ja, damit kannst du nichts mehr anfangen, MS. Was? Mit was? Mit White Satan. Satan, das ist die Mucke. Achso. Hast du jetzt gedacht, es wäre jetzt hier, äh, naja. MS, guck mal, ich habe hier was gebastelt. Mhm. Ich habe hier, äh, Kakaobönen angepflanzt. Mhm. Natürlich habe ich... Wie, was habe ich angepflanzt? Kakaobönen. 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 Äh, ich habe es natürlich gar nicht übertrieben, wie du siehst. Ja. Das ist doch vollkommen okay. Das ist so das Minimum. Ich weiß gar nicht, ob man mit Kakao noch mehr Futter machen kann, außer Kekse. Kekse. Ähm. Mit der Mod Food Plus ging das mal. Haben wir aber nicht mehr drin. Ne, die haben wir nicht mehr dabei. Siehst du. Aufgrund diversen Konfliktpotenzials. Ähm. Ich freue mich. Was wir machen müssen, ist allerdings, allerdings hier, äh, ein Wasseranschluss. Ja, ich mir auch. Pass auf. Du willst ja nur Kekse produzieren, oder? Ich will Kakaobönen produzieren. Punkt. Ja, Kakaobönen. Davon Kekse. Vielleicht. Komm mal auf dein Niveau, warte mal. Komm mal runter, genau. Ach, ne, warte. So, dein Niveau. Ja, das ist mein Niveau. Ah, du hast recht. Ne, hast du wunderhübsch gemacht? Hast du allerdings auch super... Also, hast du die, die Maße hast, wo, ähm, voll gut eingehalten? Nur Maße muss übertrieben. Ich hab's nicht übertrieben. Ich hab's doch gar nicht übertrieben. Guck doch mal, ist das nicht wunderschön? Wozu brauchst du so viel Kakao? Das ist doch scheißegal, das sieht gut aus. Äh, apropos gut aussehen. Ich glaube, ich glaube aber, dass ich vielleicht der Cleverness wegen vielleicht den ganzen Skladderadatsch hier, den ich hier platzierte, vielleicht eher hier vorne hätte platzieren sollen. Ja, gut, dass wir vor der Aufnahme darüber gesprochen haben. Because the MS hat mich nämlich vor der Aufnahme ganz unprofessionell darauf hingewiesen, dass wenn wir das einfach austauschen, dass wir dann hier diese Mühe nicht mehr haben, weil die, äh, das Gepinze hier kriegst du ja sowieso nicht weggespült. Da könnte man das eigentlich komplett entfernen, das hier hinten wegruppen, da wieder hin platzieren und dann yippie, Hudakstox, bis die Hebamme kommt. Und ich würde sagen, wir machen nur zwei Reihen. Du hast nicht wirklich auf mich geschossen. Hast du gerade auf mich geschossen? Klar habe ich auch nicht geschossen. Warum hast du auf mich geschossen? Weil wir der Sieg gespielt haben. Ich habe dir die Beine aufgeschnitten. Oh, toll. Hier, die zwei mittleren Reihen, die sollten doch eigentlich reichen, oder? Das sieht dann aber scheiße aus, Dennis. Äh, nein. Dann hast du hier wenigstens das Grün noch. Das Grün, was dann so alles abgrenzt, weißt du? Öko, was? Sonst müsstest du, ähm, einmal links und rechts Baumstäben platzieren als Abgrenzung. Na, das kann man doch tun, Fisch. Oder magst du das eher nicht so? Nee, eigentlich... Wir können ja erstmal die Mitte machen, gucken dann, wie es aussieht, und entscheiden dann, ob wir dann noch aufkommen. Ich möchte, ich möchte ja schon, dass es hübsch aussieht. Es muss mindestens so hübsch sein wie ich, und das ist schon eine Herausforderung. Dann müssen wir es echt scheiße bauen. Nee, dann wird es ja aussehen wie du. Du bist auf jeden Fall alt geworden, mein lieber Dennis. Du bist noch älter. Das stimmt. Jetzt lass doch mal die Altersbrache weg. Dennis, wie alt bist du? Nein, das machen wir nicht. Wir fragen ihn nicht nach seinem Alter. Sagen wir es so, alt genug, um jetzt auch nur 30 Grad zu gehen zu hören. Ohlei. Ach, da muss ich... Ja, da musste ich ihn früher immer reinschmuggeln. Ja. Ja. Du musst dann immer sagen, das wäre meine hässliche Nichte oder sowas. Was? Du bist auch so eine hässliche Nichte. Ey, lass meine... Lass meine Bohnen in Ruhe. Deine Bohnen. Meine Bohnen. Bohnen. Gagal Bohnen. Also wir friemeln das ganze Kleideradatschgedöns jetzt einfach nochmal um. Einfach auch, weil wir es können. Ja. Und weil wir Langeweile haben. Und weil wir gerade von schön gesprochen haben. Ich möchte ja, dass die Welt hier noch ein bisschen was schöner wird. Hm. Habe ich mir Gedanken dazu gemacht. Ich hatte es dem MS ja auch schon gesagt, dass ich das lieber hätte, wenn die Welt jetzt echt ein bisschen schöner wird. Weil wir haben ja zwar schon viele Funktionsgebäude, aber wir haben echt noch gar nichts Dekoratives. Weißt du? Aber mal so, so, so überhaupt nicht, was so einfach... Ja, was einfach da ist und ist wie ich. Es ist da und es ist hübsch, was? Also, genau. Es ist wie du. Es ist einfach da und macht nichts. Und hat keine Funktion. Ich habe keine Funktion? So. Das habe ich dir gegeben. Pass auf. Das tut sehr weh, Ems. Aufpasse. Es tut weh. Blöde Spinne, du. Was? Genau, lass dann die Spinne aus. Und zwar... Und zwar... Ich hoffe, dass es jemand dir auslassen kann. Was? Oh nein. Guck mal, Wasser. Ja, ja. Oh ja, Wasser. Warte, warte. Nee, 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 nee. Hätten wir hier so? Hä, die, 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 die. Hier so? Hier so? Hier so Und da so Okay Und dann hier so weiter Mhm So willst du das machen? Ja Und so willst du das dann auch lassen, oder wie? Ja, mal gucken Warum denn Sofas? Sofas? Ich mag Sofas Du magst Sofas? Ich bin so fähig Na, weil man da besser drauf liegen kann, lieber Alice Deswegen Sofas Naja Obwohl die Wasserläufe hier unten eigentlich total Überflüssig sind Ähm Du hast nicht gedacht, dass es ein Wasserfall Was? Das Wasserfall Was ist denn das Wasserfall? Ah, hier Ah, hier Hier muss das Wasserfall hin Ja, du bist absolut richtig Ja Yes Yes You are absolutely right We have Äh, I have forgotten the Waterfall The forgotten Waterfall Oh Gott Unten am Fluss Boah, das war eine schöne Serie Unten am Fluss? Ja Kennst du die Serie? Ja Also die Also den Film? Mit den bezeichneten Hasen Nö, aber ich kenne den vergessenen Wasserfall Achso Aber das ist ein anderes Spiel Das ist jetzt nicht unbedingt diese Liga hier Äh, okay Aha Aha Ja, hast du Ja, noch einen? Komm, komm Das schaffst du Das schaffst du Hier unten ist ein Wasser Äh, ein Ding ist Auslass, ne? Musst du aufpassen Äh, das macht ja nichts Geil Braucht ja kein Wasser Nicht? Nee Ja, aber dann ist ja dieser Auslass hier vielleicht für den Eimer, oder? Äh, eigentlich sind die überflüssig Ja, aber vielleicht wollen wir ja irgendwann mal was anderes dahin machen Deswegen lass erst mal da drin Vielleicht sind sie wie ich Und wie du Guck mal, das reicht doch, oder? Nicht überflüssig Wenn du von oben guckst, sieht er eigentlich ganz hübsch aus Ja Dann lassen wir das so Äh, den Wasserlauf müssen wir sogar stoppen Was? Den Wasserlauf hier müssen wir sogar stoppen Wack, wack Doch, it's because you have here the waterfall Und wenn der hier lang geht Ah ja Kreuzt er sich mit dem Bum, bum Ah, ja, ja Ja, ja, ja I, äh Yo Warte Ja, das ist jetzt natürlich doof gelöst Ist ja alles voller Wasser Richtig Ja, wir hatten das gebaut Ich weiß nicht Also schwer Wäre so ein Mist Lass Lass die doch einfach da Stößt auch keinen Das Problem ist, dass wir aber da vorne ja komplett einmal ran müssen Verstehst du? Wir haben ja da einen Wasserfall Weißt du? Aber die Wasserläufe kannst du ja lassen Ja, theoretisch hätte ich auch lassen können Aber hast du eigentlich recht Ja Ach komm, egal Äh, so rum Den kannst du mal abmachen Nö Nö? Nö Okay Das passt aber auch nicht Was du da gerade gemacht hast, Chef Doch Mindestens einen Block unten drunter musst du setzen Weil hier läuft das Wasser lang Wenn du den Block hier verschließt Und auf der anderen Seite einen weghaust Dann läuft dir das Wasser entgegen Das willst du ja auch nicht Hier läuft mir das Wasser entgegen Ja, wenn du da jetzt runtergehst Aber dann meckerst du ja wieder, weißt du Weil dann kriegst du wieder Wasser Hast du wieder Wasser verschluckt Dann hustest du wieder Ich muss dich wieder vorm Ertrinken retten Und ach, nee, 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 nee Wie im Schwimmbad damals Ähm Weil wir ja auch schon so oft miteinander schwimmen waren Hast du noch Kies im Inventar? Nee Gar nicht? Aber vielleicht in meinem Rucksack Nee, ich hab nix mehr in the Inventory Ja, auch nicht Gut, ich hol The Inventory ist sogar full Äh, ich muss mal was Ich muss mal obleichen Es ist besser, als müsste ich ableichen Denn es gibt es zu, sei ehrlich Ja Ja Ja, wie gesagt Ich hatte mir gewünscht Dass der ganze Spaß hier ein bisschen hübscher wird Heißt also Wir müssen dann vielleicht noch mal zusehen Dass wir bald mal ein paar Naja, wie soll ich sagen Achso, nee, warte mal Bevor wir hier jetzt zubauen Pupp Dass wir mal ein paar Gruppierte Häuserchen platzieren Weißt du? Sogenannte Gruppie Häuser Phenon Was? Sagst du gerade Gruppen oder Gruppie Häuser? Ich sagte Gruppie Häuser Du hörst wieder nicht zu, MS Achso Du Dann haben wir das schon mal Ich hab's Klingt jetzt auch schon wieder falsch Aber ich hab's untenrum komplett ausgehöhlt Was? So, warte mal Dann kann ich doch Oh, hier Hübsch Ah, hier ist ja schon alles verlegt Ja, hab ich doch gesagt Ei, wunderbar Ei, ich bin ja fast stolz auf dich Ja, das passiert Wenn man die Folgen nicht schaut, MS Konnte ich nicht Ja, ja, ja Die sind doch noch gar nicht draußen Klar sind die Folgen schon links da Nein Also alles am Start, MS Ist alles am Start Nein Haben wir noch Da, wo die Da, wo die K-K-K-K-K-K K-K-K-K-K K-K-K-K-K Kabel sind Yeah, ich hab's schon gesehen Haben wir noch Da waren Da waren einst Pistons Haben wir noch Pistons? Die hab ich jetzt gerade wieder rausgeholt Loll Loll Kannst du mir die Give Oh, du meine Pistons, Bro. Ja, Alter, deine Pisten, was? Ich glaube, die müssen hier so hin, ne? Ne, die müssen hier drunter, hier so. Nein, ja. Ah, nein. Was? Da muss ein Piston hin. Äh, Quatsch, nee. Da muss ein Piston hin. Ja, ja, ich weiß. Die Frage ist, in welcher Höhe? Dieser, nee, in... Muss der nicht noch einen tiefer? Dieser. Nee, nee, der muss noch einen tiefer. Hab ich gesagt? Ja, deswegen ist da ja noch schon eins frei. Juhu. Und so ist Reit. Geilomat, MS. Da, da muss keiner hin. Stimmt, da muss keiner hin. Jetzt mal das Metall umsortieren. Wo muss denn einer hin? Hier muss... Wo muss denn einer hin? Hier muss einer hin. Da muss hier einer hin. Hier einer hin. Wie kommen wir nicht so entgegengeschwommen? Äh, wie sieht denn das aus? Bäh, äh, äh, iiiiih. Falsch. Du bist falsch. Du musst warten, bis ich fett bin. Ich kann nicht warten, MS. Das weißt du doch. Ich bin so aufgeregt. Was haben wir denn da für komische Musik? Nein. Bedeleid. Jetzt hab ich den Wasserfall zugemacht. Oh nein. Du hast den Wasserfall... Du hast nicht wirklich den Wasserfall zugemacht. Oh nein, MS. Alles klar. Es fließt noch. Man meint, es wäre hier schon wieder kurz vorm Dunkelwerden, MS. Wenn du einfach den Wasserfall schließt. Es fließt noch. Es fließt noch. Oh ja. Es fließt. Ha, alles fließt. Hm. Oh Gott. So. So. Du kannst was da reinmachen. The problem what I see... Nee.